Tja, was soll ich sagen? Meine Kinder haben gesagt, alles stehen und lassen und im Flugzeug schauen. Flughafen! Flughafen! Ja, ich habe vor deiner Geburt dort gesprungen. Ich habe um die 500 falschen Sprünge und falsche Sprünge-Lizenz. Von da haben sie uns weggetrieben. Das 7, 7, 7, 3, 7, eine 7. Weil sie Absperrungen gehen und dass man da stört. Haben uns vertrieben nach Wels, weisse Möde. Warte, ich esse erstmal diese Wasser-Spaß. Komm ein bisschen her, man sieht dich nicht. Das Licht ist schlecht, komm da her. Ja, das haben wir immer als Kinder gebeten. Ja, was muss man nicht jetzt? Ah ja, wieder. Wir befinden uns hier am Flughafen. Schau, schöne Flüsse. Voll, voll schön. Ich habe eine marokkanische Kleider. Ich bin jetzt am Flughafen. Ich bin jetzt am Flughafen. Und unsere Reise ist leider, leider vorbei. Ich bin jetzt am Flughafen. Ich bin jetzt am Flughafen. Ich bin jetzt am Flughafen. Das ist ein Flughafen. Okay, danke. Vielen Dank.